Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video beantworte ich die Frage, warum ich eine 3080, eine Nvidia 3080 für das Mining gekauft habe und keine 3090. Öfters kommt die Frage auf, warum hast du denn eine 3080 genommen und bist nicht gleich zur 3090 übergegangen? Für mich persönlich ist die Antwort immer ganz leicht gewesen, weil ich die Mega-Hash und die Preise verglichen habe und darum mache ich jetzt nochmal das Video, um diese Frage zu beantworten. Eine 3090 hätte mich damals knapp 3000 Euro gekostet und eine 3080 hat mich jetzt 1400 gekostet. Diese Preis-Leistungswunder habe ich dann für mich persönlich sofort entschieden, komm, wenn du eine Nicht-LHR-Karte besitzt, die 100 Mega-Hash macht, für 1400 ist wesentlich besser, als wenn ich eine Grafikkarte nehme, die 3090 mit 120 Mega-Hash, gerade mal 20 Mega-Hash mehr, muss aber den doppelten Preis zahlen. Dann wäre es ja besser, ich nehme eine 3080 und kaufe noch eine dazu und kaufe einfach für das selbe Geld zwei Stück und habe 200 Mega-Hash. Darum gehen wir jetzt mal rüber auf den Bildschirm und dann zeige ich euch auch, warum das für mich klar und deutlich war und für euch vielleicht jetzt nicht so ersichtlich, aber für mich war das ganz easy, die Entscheidung. So, also, wenn ihr jetzt seht, eine 3080 kostet im Schnitt so um die 1600 beziehungsweise 1400, ganz einfache Rechenbeispiel. Wenn ihr eine Nicht-LHR, also Low-Hash-Rate Grafikkarte bekommt für 1400 oder 1500, die 100 Mega-Hash macht. Das sehen wir hier auch bei meiner Stats. Ihr könnt bei meiner Stats immer gucken, was eure Grafikkarte so momentan an Mega-Hash leistet, wenn ihr wirklich sie optimal einstellt. Und wir reden jetzt mal nicht von BIOS-Modding. Jetzt gehen wir mal davon aus, eine 3080 Nvidia RTX bringt im Schnitt 100 Mega-Hash. Wir runden das jetzt mal auf, 97 Mega-Hash bringt so ungefähr, aber wir runden es mal auf, 100 Mega-Hash bringt sie am Tag ungefähr 6,30 Euro am Tag. Wenn ich jetzt im Vergleich eine 3090 nehme und die 3090 gerade mal 121 Mega-Hash bringt. Ich sage mal, gleicher Stromverbrauch. Wir runden das jetzt einfach mal ab und auf, um einfach es nur so zu veranschaulichen. Gleiche Stromverhältnisse sagen wir jetzt mal. Und dann haben wir 120, das heißt gerade mal 20 Mega-Hash mehr. Und die bringt dann 7,64 Dollar am Tag. Aber sie kostet uns, wenn wir jetzt mal so einen Preis von Alternate zum Beispiel nehmen, welcher Lieferant ist jetzt erstmal egal, wir gehen jetzt mal auf Alternate und gucken, eine 3090 kostet 2600, 2700, 2500. Dann ist das immer noch ein Tausender mehr, als wenn wir eine 3080 nehmen. Und dieser Tausender oder beziehungsweise damals der doppelte Preis hat mich einfach zu der Entscheidung gebracht, für dasselbe Geld, wenn ich jetzt 3000 Euro nehme, bekomme ich 2,3080 und habe 200 Mega-Hash. Und das ist auch schon die Antwort. Die 3080 macht 100 Mega-Hash. Die 3090 macht 120 Mega-Hash. Die 20 Mega-Hash mehr waren es mir nicht wert, 1000 Euro oder 1500 Euro mehr zu bezahlen. Ich hoffe, dass diese kurze Antwort jetzt euch etwas weiterhelfen konnte und ich es veranschaulichen konnte. Achtet darauf, wenn ihr euch eine 3080 kauft, nehmt keine LHR. Das merkt ihr dann hinterher nämlich an der Leistung. Eine LHR-Grafikkarte macht nur um die 40 bis 50 Mega-Hash. Ihr braucht aber, um profitabel damit zu sein, natürlich eure 100 Mega-Hash im Optimalfall. Ich denke mal, wenn ihr lang genug im Internet stöbert, werdet ihr auch noch eine Grafikkarte finden, eine 3080, die kein LHR hat. So erkennen kann man es nicht im direkten Sinne, weil ich auch gefragt habe, wie erkenne ich das denn? Beim Kauf auf der jeweiligen Online-Seite steht es immer mit dabei. Sollte auch mit dabei stehen. Sollte kein LHR dabei stehen, dann könnte es sein, dass es eine nicht-Low-Hash-Rate-Grafikkarte ist. Und so habe ich es auch erkannt. Es stand kein LHR dabei. Ich gekauft, ausprobiert und es waren wirklich noch die alten Versionen, die einfach Restbestände, die verkauft wurden. Und ich hoffe, dass mit diesem kurzen Video ich euch das mal ganz schnell veranschaulichen konnte, warum ich damals eine 3080 gekauft habe für das Mining und keine 3090. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt unten in die Kommentare, was für Fragen ihr noch habt, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Und damit sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.